Jetzt kommen wir von den Gegenwahl gegen die erste Runde und dann natürlich unsere ersten Gastgeber zu losgehen. Und wir schauen natürlich Chancen an dieser Stelle auf unsere Stoffel. Mit der Rückenwahl 32, Meta! Runde Nummer 4, Kiki! Opa! Mit der Rückenwahl 7, Krippe! Und der Rückenwahl 32, Meta! Mit der Rückenwahl 9, Kiki! Mit der Rückenwahl 7, Ausbildungsverein Rückenwahl 7, Krippe! Rückenwahl 7, Eben Rückenwahl 7, inception Rückenwahl 7, Krippe! Ja, das war! Und wird in der Flatschrug sein. Es ist die eyeball! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja! Ja, ja, ja! 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 Ja, 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 ja!